DELTA RADIO KLINGT ANNERS Deutschland braucht euch. Herzlich willkommen, liebe DELTA-Gemeinde, zu einem neuen Videocasten. Ich fahre gerade mit dem Auto, drehe DELTA RADIO ein ganz wenig leiser. Wir haben mit ein wenig Schnee zu kämpfen, aber ich werde heute einen ganz besonderen Videocasten drehen. Ich werde nämlich heute die Superstars besuchen. Deutschland sucht den Super-Dieter-Bohlen-Stars. So, herzlich willkommen zum Videocasten. Da, schaut ihr einfach mal da. Dat sind de Superstar-Busse, ne? De Superstar-Busse, ne? Und da, da sind de Superstars. Film mal drauf. Film. Dat ist de Fotograf. Und ich werde die Leute gleich noch zum Singen bringen. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich stolz auf mich. Weil das macht man ja eigentlich nicht so gerne. Schauen wir einfach mal. Gehen wir erstmal rein, was? Tschüss. Yo, Cramp Ranks, Colon City. Bisschen noch müde, Benni. Nein, ich bin nicht müde. Ich bin immer topfit und so. Wenn du verstehst, was ich meine. Ne, verstehe nicht. Okay, dann kann ich dich nicht weiterhelfen. Dann musst du, glaube ich, nochmal deinen Hauptschulabschluss wiederholen. Dann musst du, glaube ich, nochmal deinen Hauptschulabschluss wiederholen. Aber echt coole Kamera. Ich bin der Videocastner und Benni rappt jetzt einmal vom Videocastner. Ich kann das nicht. Wie? Ne, ich kann doch... Also du kannst nur, wenn man... Nein, nein, äh... Ich kann das nicht. Muss ich nicht wissen. Irgendwann... Biss mich. Irgendwann, wenn... Ne, ich stich keine Männer, die so Herzen vorne drauf haben. Achso, alles klar. Schon gebrochen. Auf jeden Fall, irgendwann treffen wir uns bestimmt nochmal, dann rappe ich für euch. Jetzt bin ich bei DSDS und hier zählt die Stimme halt mal. Okay, muss noch ein bisschen geöht werden, aber okay. Alles klar, Benni. Gar kein Problem. Das ist das geilste Station, ganz ehrlich. Was ist denn Schweiß? Oder? Was ist denn? Was ist denn? Schleswig-Holstein, das ist ein Auflauf für meinen Bauch. Und ich hab den nächsten Schlauch, yeah. So was wie NRV, Lüge, Europa, in Bayern. Du kannst das nicht aussprechen. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Smoking, Joe-King, Gay Nr. 1, Nr. 2, Fackenbarn. Pitches. Ja, das ist da so voll vorgegeben. Thomas Kodoy. Mein Favorit. Voller und Balzi. Guckt ihn euch an, merkt euch das Gesicht, das Gesicht ist Jahrhundert. R.S.H. R.S.H. Genau, R.S.H. R.S.H. Ja. Der erste Single kommt jetzt quasi raus, ne? Ja, das wird Fly Alone, ne? Fly Alone. Und wie geht der Song? Also ich mein, könnt ihr den mal ansingen? Könnt ihr den ansehen? F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.? And we know our hearts survive. Yeah. Haha. Hammer. Kannst du zwei Hände zum Platz nehmen? Der Video ist meistens nach ganz großes Kino. Ich werde es auf jeden Fall jetzt, auch jetzt, jeden... Wann ist es wieder? Samstag? Ja. Samstag? Ja. Kommenden Samstag. Und dann kommenden Samstag. Und Motto Show dann? Welches Motto? Warte mal, jetzt Samstag? Nee, jetzt Samstag auf den Samstag. Ihr habt jetzt am Wochenende mehr erst frei? Genau. Kölner Alar oder was? Wir waren nicht frei, wir machen die ganzen Toil auch. Achso, ihr habt diese Nightliner Tour mit Promo-Terminen? Genau. Bis hier oben? Das ist quasi Song-Finding für die Woche darauf. Okay. Aber ihr wisst auch nicht welches Motto. Ja, Sonntag. Super. Yes. Haha. Alles geklappt. Coole Interviews. Musikredakteur Steve hat einen geilen Job gemacht. Und die haben für mich gesungen. Habt ihr ja gesehen gerade, ne? Toll! Superstars! Ich freue mich schon auf die nächste Motto Show. Und am besten finde ich ein bisschen den Thomas, ne? Ich hab mich auch ein bisschen verliebt. Aber das war's erstmal vom Videocasten heute mit den Superstars hier in Hamburg. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.